Ja, alle Freunde und herzlich willkommen wieder am Freitagabend zur zweiten kleinen Adventsverlosung. Heute Abend ganz rustikal aus der Hütte. Da ja letzte Woche dieses Ladegerät so gut angekommen ist, habe ich gedacht, haue ich noch so ein Ladegerät raus. Das ist jetzt ein etwas anderes Modell. Damit kann man ebenfalls Akkus laden und es auch als Powerbank verwenden. In dem Schieber kann man verschiedene Größe einsetzen. Hier können die beliebte AAA und AA Akkus laden oder sogar ein 18650er reingeben, der dann mit 3000 mAh unterwegs dann auch wunderbar als Powerbank dienen kann. Mit dabei kleines USB-Mikrokabel. Wenn ihr das an das Mikro anschließt, könnt ihr Akkus damit laden. Und wenn ihr die ganze Geschichte andersrum macht, indem ihr das hier drüben, das große USB einsetzt, könnt ihr darüber wieder kleine Endgeräte von euch laden. Zum Beispiel mal unterwegs ein Smartphone nachlaut mit so einem 3400 mAh Akku. Passt das gut, ne? Und wenn man den hier in die Tasche rein macht, dann verliert man auch nicht den Akku da raus. Man kann das schön verschließen und kommt trotzdem links und rechts an die beiden Anschüsse. Wer das Teil wirklich herstellt, kann ich euch nicht sagen, inzwischen gibt es diese Teile gelabelt von Thrunite und von Lumintop. Das ist jetzt mal eins von Lumintop gelabelt. Aber wer diese Teile wirklich herstellt, kann ich euch nicht verraten. Das weiß ich nämlich nicht. So, mit dazu gibt es natürlich noch ein schönes kleines Paracord Lanyard vom Erste Hilfigkeit. Und noch ein Survival Paracord Armband mit integriertem Feierstarter und Signale Anfalte. Also das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist wie immer einfach einen Kommentar hinterlassen. Von jetzt Freitagabend 18 Uhr bis Sonntagmittag 12 Uhr. Dann irgendwann am Sonntag nach Wiedagessen beginne ich mit dem Schneiden von meinem wöchentlichen Vlog. Rückblick und da muss ich natürlich auch dann die Verlosung fertig machen, damit ich das hier mit einbauen kann. Also, ich würde sagen, viel Spaß beim Mitmachen. Und ja, wir sehen uns Sonntagmittag zur Verlosung. Und jetzt wieder ein kleines Universal-Bad-Akku-Lade- und Powerbank-Gerät. Mit Paracord und Survival Armband. Also, viel Spaß. Ciao. Bis Sonntag. Bye, bye. Macht's gut. Euer Hippie.